Heute hat die Melina Geburtstag, sie wird sechs Jahre alt, oder? Freust du dich? Ja? Jetzt haben wir den Kuchen gebacken und schön dekoriert. Ein paar Geschenke gibt es natürlich auch und das Motto einholen. Geh, das magst du. Jetzt wollen wir heute mal schön feiern. Oh süß! So, alle auspusten! Ja, super! Geschafft! Ja! Siehst du klatschen, ne? Ja! Welches machtest du gar nicht? Welche Buchstaben? Das E? Okay, E und L. Ich bin frei, Mama! So, wo ist dein Geller, Melina? Ja, ich bin grün, Mama! Warte mal, warte kurz! So, bitte! Ja, du kannst jetzt alle Geschenke auspacken. Ja, du kannst jetzt alle Geschenke auspacken. Ja, du kannst auch Geschenke auspacken, Mama! Ja! 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 Magst du mal auspacken? Ja! Das wird doch wohl nicht grün sein, oder? Ja! 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 Ja, das ist ja auch ein klebestreikel! Oh, das ist so schön. Ich kann das aufschreiben. Nee, 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 nee. Hm? Ah, ah, ah! Was ist das? Dino-Lego. Ein Roboterhund! Ein Roboterhund, oder? Nein, kein Hund. Okay, ein Roboterhund. Ich kann ein Blatt für den Stapeln. Ich bin nicht. Ein Schwänzchen ist dabei. Ist das Plastik, oder ist das Plastik? Weiß ich. Der Schaumstoff hat irgendwo. Oder Storboer. Ich geh schon. Ja. Mama, ist das Plastik? Ja. Ja. Ja, das ist ein Blatt. Und dann kommt ein Blatt. Und dann kommt ein Blatt. Und dann kommt ein Blatt. Wow. Eine Lava-Lampe, hm? Was ist das? Lava-Lampe. Eine Lava-Lampe? Danke. Mama, warum willst du noch eine kleine Mama machen? Komm, noch ein bisschen da? Ja, darfst du. Warte, warte oder? Lava, warte, 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 warte! Edelsteine, zum selber ausgraben, zum selber rausschlagen. Das ist nur Glas, oder? Ja, weil du den Zeug hast. Du hast bald wieder Geburtstag, ja? Nur noch ein paar Monate, viele. Mama, mein Frau Geburtstag. Mama, mein Frau Geburtstag. Magst du aufmachen? Was ist das? Ein Schminksetten. Brauchst du besser? Ja. Ja, schau. Ja. Cool, ne? Ja, ich rufe. Okay. Will ich das wieder zu machen? Auf die Rücken. Ja. Ich rufe. Ich rufe das da. Es gibt sogar Pfirschen dabei. Cool. Ja, cool. Was ist das? Wie steht das? Oh, fertig. Ja. Mama, 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 Mama. Was hat denn der Tarjo gemalt? Oh, so ein schönes Bild von Tarjo, super! Und das noch eins, ja? Ein Einhornstoffbier. Und hat's dir gefallen? Ja! Super! Was hat dir zum besten gefallen? Geschenk und Kuchen. Geschenk und Kuchen? So, Happy Birthday, Belina! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! Ist ja cool, sogar mit Farbwechsel, hm? Ja! Toll! Ja! Ja! Ich will das nächste! Ja! 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 Vielen Dank.